Dieser Klick war goldrichtig, denn nun darf ich Sie herzlich willkommen heißen zu einer neuen Ausgabe des Asklepios Internet Magazins Nachtvorlesung nachgefragt. Und da geht es heute um ein Thema, das uns alle angeht, den Darm und insbesondere um den Darmkrebs. Deswegen habe ich hier als Experten im Studio Dr. Michael Sebastian Ullrich. Er ist der leitende Oberarzt der Gastroenterologie in der Asklepios Klinik Altona. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Herr Dr. Ullrich, Darmkrebs, wie entsteht er denn überhaupt? Darmkrebs ist der zweithäufigste Tumor bei Mann und Frau und ist ein volksgesundheitlich wesentlicher Faktor, der zur Krebsmortalität, also zur Wahrscheinlichkeit an einem Krebs zu versterben, sehr beiträgt. Und er entsteht eigentlich über verschiedene Wege. Wir kennen den ganz klassischen Weg, der läuft über kleine Vorstufen, wo sich Schleimhautauffaltungen bilden, die dann irgendwann in Richtung Bösartigkeit gehen können. Das sind sogenannte Polypen. Dieser Weg über die Polypen dauert zwischen fünf bis zehn Jahren. Und das ist eigentlich der Punkt, wo wir gerade mit Faktoren wie Vorsorge besonders gut ansetzen können. Es gibt andere Darmkrebsformen. Diese sind sehr selten. Diese entstehen über andere genetisch veränderte Vorstufen, die auch oft im jungen Alter und in sehr aggressiver Form auftreten können, die aber zum Glück sehr, sehr selten sind. Aber gerade dann in den Fällen, wenn Tumorerkrankungen zum Beispiel in der Familie früh auftreten, besonders beachtet werden müssen. Das heißt, wenn ich bereits vorbelastet bin erblich, dann sollte ich auch eher zur Vorsorge gehen? Wenn Sie erblich, ob Sie erblich vorbelastet sind, das ist ja immer schwer zu wissen. Aber in der Tat, wenn in der Familie früh, das heißt zum Beispiel vor dem 40. oder zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr, Krebsformen wie Darmkrebs, Blasenkrebs, Gebärmutterkrebs, Eileiterkrebs, Magenkrebs aufgetreten sind, sind das Faktoren, dass man das zumindest mit seinem Arzt, Ärztin besprechen sollte, um zu erfahren, ob man vielleicht noch früher als allgemein empfohlen mit Vorsorgemaßnahmen beginnt. Wann ist denn allgemein empfohlen? Also allgemein empfohlen für den Darmkrebs ist ab dem 50. Lebensjahr eine Austastung des Enddarms und eine Testung auf sogenanntes okkultes Blut im Stuhl. Das heißt also diese Testbriefchen, wo man an verschiedenen Proben nachgucken kann, ob irgendeine blutende Veränderung im Darm ist. Und wenn dieser Test positiv ausfällt oder die Tastuntersuchung irgendetwas nicht Normales zeigt, führt das dann zwingend zu einer Darmspiegelung. Und für Patienten, die diese Testverfahren negativ hatten, wird dann ab dem 55. Lebensjahr auch bei Beschwerdefreiheit eine Vorsorgedarmspiegelung auf Kosten der Krankenkasse frei für jede Person angeboten. Also meine Oma zum Beispiel, die hatte Darmkrebs, ist daran auch verstorben, hat den aber auch deutlich nach dem 50. Lebensjahr bekommen. Muss ich jetzt schon vorher, vor meinem 50. zur Vorsorge? Nein, in dem Fall würden sie dann in das ganz normale Vorsorgeraster fallen, wenn es eine einzelne Person in der Familie war, die im höheren Lebensalter einen Darmkrebs entwickelt hat. Vorsorge, wie sieht die denn genau aus? Was machen wir da? Vorsorge, wie gesagt, ist die Untersuchung des Enddarms, der Test auf okkultes Blut und letztendlich ab dem 55. Lebensjahr die einzige wirklich vollständige Vorsorge und das ist die Darmspiegelung. Die Darmspiegelung wird dann zu einem frei zu vereinbarten Zeitpunkt durchgeführt und wenn keine Veränderungen im Sinne von Polypen oder anderen Bedenklichkeiten gefunden werden, wird sie alle zehn Jahre wiederholt. Sollten Polypen da sein, in Abhängigkeit von Größe und letztendlich vom Gewebetyp, was uns der Pathologe dann sagt, würde man auch früher eine Verlaufsuntersuchung machen. So, jetzt bin ich jemand, der weißen Kittel bisher immer aus dem Weg gegangen ist. Deswegen, wie sieht so eine Darmspiegelung genau aus? Was erwartet mich da? Ich glaube, es gibt wenig Bereiche in der Medizin, wo so viele Mythen und Legenden herumschwirren, als über die Endoskopie. Also es ist so, dass sich in den letzten Jahren die Verfahren sehr viel vereinfacht haben und der ganze Ablauf für den Patienten sehr viel weniger belastend geworden ist. Das fängt schon bei der Vorbereitung an. Früher war das ja diese Legende um die fünf, sechs Liter. Das war früher keine Legende, sondern Wahrheit. Heute ist es nicht mehr die Wahrheit. Heute sind es noch zwei Liter. Das heißt, das ist eine Trinklösung, die schmeckt auch mittlerweile nach Orange oder nach Zitrone oder Vanille. Das kann man sich aussuchen. Da trinkt man abends einen Liter, kann dazu und danach frei noch Mineralwasser oder Tee trinken und morgens nochmal einen Liter. Aber das war's. In der Tat setzt dieser Liter eine Darmreinigung in Gang, sodass natürlich der Prozess der Darmreinigung nicht unbedingt als angenehm beschrieben wird, aber weit weniger belastend ist, als das immer so erzählt wird. Die meisten Patienten sagen eigentlich immer im Nachhinein, naja gut, so dramatisch war es nun wirklich nicht. Wenn am Morgen der Untersuchung dann die Darmreinigung abgeschlossen ist, wird entweder ambulant, das heißt bei einer niedergelassenen Kollegin oder Kollegen oder auch im Krankenhaus, je nachdem, wie man das Ganze plant, die Darmspiegelung durchgeführt. Die Darmspiegelung selber sieht so aus, dass der Patient sich auf die Seite legt. Meistens, das macht jeder Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen anders, aber das ist so eigentlich der Standard, dann wird einmal der Enddarm ausgetastet. Das muss man machen, um zu sehen, dass dort keine Veränderungen vorliegen, wo man irgendwo mit dem Endoskop was beschädigen könnte, in Anführungsstrichen. Der Patient wird nach seinen Wünschen schlafend gelegt, wenn man so sagen möchte. Das Ganze ist sehr angenehm. Diese Schlafmittel sind wirklich von den meisten Patienten im Nachhinein als sehr positiv wahrgenommen. Also man fühlt sich eigentlich exzellent und ganz glücklich damit. Und man kann, wenn man möchte, heutzutage die ganze Untersuchung verschlafen. Also so, dass man auch nichts von möglichen Schmerzen oder von möglichen Unannehmlichkeiten mitbekommt. Die meisten Patienten wählen in der Tat den Weg, dass sie sagen, wir fangen erstmal an, gucken erstmal, ob es wirklich so unangenehm ist. Was ich auch immer empfehlen würde, weil viele Patienten nehmen diese Spiegelung nun auch nicht gerade als angenehm, aber auch nicht als besonders belastend wahr und sagen nachher, naja, gut, nun so schlimm war es nicht. Und andere Patienten sagen, nein, ich möchte nichts davon mitkriegen. Ich möchte komplett schlafen. Beides ist möglich. Die Spiegelung selber dauert zwischen 15 und 30 Minuten. Das hängt davon ab, wie schnell man durch die vorgegebene Anatomie durchkommt, ob man Polypen entfernen muss oder ähnliches. Es sieht so aus, dass man zunächst durch den Darm hochspiegelt, das heißt den ganzen Dickdarm darstellt, bis in den Dünndarm. Und dann auf dem Rückweg, dann guckt man sich das Ganze in Ruhe an. Das ist so, dass der Patient das aber auch mitgucken kann. Also wer da Interesse dran hat, und das sind viele, man hat da immer einen zweiten Monitor, dann kann man sich das auch alles angucken und sich auch erklären lassen. Man kann sich auch schön dabei unterhalten. Ach, das lenkt ja auch vielleicht ab. So ein bisschen. Sie sagen da was ganz Wahres, absolut. Weil je weniger, ich sag mal, der Patient nur darüber nachdenkt, was da gerade passiert und je mehr man nun Gespräche über irgendwelche Inhalte, die dazu passen, führt, desto weniger braucht man Schlafmittel. Ja, das ist richtig. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Schlafmittel aber auch wichtig ist, dass man einfach entspannen kann. Ganz ehrlich, Sie fummeln mir da in einer Gegend rum, da möchte ich eigentlich nicht, dass da andere Leute zu Gange sind. Nein, das ist im Prinzip richtig. Und wenn Sie das unangenehm empfinden oder wenn Sie es von vornherein gar nicht wissen möchten, ob es unangenehm ist oder nicht, ist das heute möglich, dann verschlafen Sie die ganze Untersuchung. Spannend finde ich auch, Sie reden von einem Schlafmittel, nicht von einer Narkose. Ja, die Definition zwischen Schlafmittel, Schlaf, Sedierung, Narkose, um die lateinischen Begriffe zu benutzen, ist ein sehr fließender Übergang. Es ist so, dass diese Mittel derart sind, dass Sie nichts mitbekommen. Trotzdem nennt man es nicht im eigenen Sinne eine Narkose, weil die Schlaftiefe würde jetzt nicht ausreichen, um da eine Operation durchzuführen. Man muss auch nicht beatmet werden. Man wird sehr wohl kontrolliert. Herzrhythmus, Blutdruck werden fortwährend kontrolliert. Die Sauerstoffsättigung, das heißt also, wie viel Luft im Blut ankommt, das wird kontrolliert. Und man bekommt auch Sauerstoff über so eine kleine Atemsonne, also so ein kleines Schläuchlein, was in die Nase gesteckt wird. Das sind aber alles mehr oder weniger Vorsichtsmaßnahmen. Es ist keine Narkose, bei der zum Beispiel eine Beatmung oder Ähnliches notwendig werden würde. Und ich bin, wenn ich dann wieder wach bin, auch nicht tüdelig? Nein, das hat sich auch sehr verändert. Die Medikamente, die wir heute benutzen, sind eigentlich so gestrickt, dass der Patient nach wenigen Minuten, wenn er wieder wach wird, eigentlich wieder voll einsatzfähig ist. Aber Vorsicht, wenn diese Mittel gegeben werden, ist eine Teilnahme am Straßenverkehr danach nicht erlaubt. Das heißt, in diesen Fällen ist es günstig, wenn man das schon organisiert, dass man entweder gebracht oder geholt wird oder es schon plant, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Taxi nach Hause zu fahren. Ist es auch schon passiert, dass Sie bei der gängigen Darmspiegelung einfach nicht weiterkommen? Selten. Es passiert sehr selten, aber es passiert natürlich. Das kann verschiedene Ursachen haben. Entweder es sind einfach, der Darm ist von seiner Anlage oder von seiner anatomischen Struktur so geeignet, dass man nicht über Knicks, Abknickungen, Schleifen, Schlaufen kommt, ohne ein zu großes Risiko einzugehen, den Darm dabei zu verletzen. Man wird da nichts erzwingen. Oder es sind Veränderungen im Darm, die ein Weiterkommen verhindern. Zum Beispiel große Tumoren, schwere Entzündungen oder auch abgelaufene Entzündungen, die zu Narben führen. Auch das gibt es. Und was machen Sie dann? Das hängt jetzt so ein bisschen davon ab. Wenn es nur eine Veränderung ist, wo ich davon ausgehe, dass das rein anatomischer Natur ist. Oder der Mensch hatte zum Beispiel viele Operationen im Bauch und hat überall Narbenstränge im Bauch. Das gibt es auch. Dann gibt es verschiedene Verfahren, mit denen man, wenn man es will, die Koloskopie ersetzen kann. Aber diese Verfahren, das möchte ich gleich sagen, sind bezüglich ihrer Qualität und Wertigkeit noch dabei, wissenschaftlich untersucht zu werden. Sie sind gut und sie haben auch ihre Vorteile, aber sie sind nicht gleichwertig der Darmspiegelung. Aber manchmal gibt es keine andere Möglichkeit. Da gibt es im Prinzip zwei Verfahren, die wichtig wären. Das eine wäre ein Röntgenverfahren, bei der man ein Schichtröntgen durch den gesamten Bauch anfertigt und danach aus diesen ganzen Röntgenschichten sozusagen ein dreidimensionales Modell des Darms entwickelt, durch den man auch durchfahren kann. Das ist die sogenannte virtuelle Koloskopie. Diese virtuelle Koloskopie wird in Zentren, großen spezialisierten Krankenhäusern, Unikliniken angeboten und wird bezüglich ihrer Wertigkeit sehr intensiv untersucht. Sie wird vielleicht im Verlauf nie den Stellenwert der Darmspiegelung bekommen, weil wenn man Veränderungen sieht, kann man natürlich jetzt nichts machen. Die Darmspiegelung hat ja den großen Vorteil, wenn ich Veränderungen sehe, kann ich sofort manipulieren, irgendwelche Gewebeproben nehmen oder Polypen abtragen. Die Alternative zu dieser virtuellen Koloskopie wäre eine sogenannte Kapselendoskopie. Es gibt diese Untersuchung seit einigen Jahren. Für den Dünndarm gibt es die schon sehr viel länger. Und diese Kapseluntersuchung ist im Prinzip eine Videokapsel, die ist ein bisschen größer als so eine Antibiotika-Tablette. Die kennen ja die meisten, diese großen weißen, die so ein bisschen unangenehm sind. Die ist noch ein bisschen größer, dafür aber auch ein bisschen glatter konturiert und ein bisschen besser zu schlucken. Und diese Kapsel enthält Batterien, Kamera, Video und Lichtquelle und filmt in Einzelbildern Darmstrukturen oder den Darm. Es gibt Kapseln, die sind für den Dünndarm gemacht und es gibt jetzt Kapseln, die gerade wissenschaftlich untersucht werden, die für den Dickdarm gemacht sind. Und dann ermöglichen sozusagen den Dickdarm in Einzelbildern sich anzugucken. Das ist so, da ist kein Kabel an der Kapsel. Die Kapsel wird runtergeschluckt, wandert durch den Darm, ganz normal, wie ein Stück Nahrungsbestandteil auch, sendet ihre Bilder per Funksignal und man hat auf dem Bauch verschiedene Elektronen kleben und einen Rekorder um. Und dieser Rekorder nimmt dann diese Bilddaten auf. Das dauert ja aber eine Weile. Das ist, ja, das ist richtig. Das kann ganz schnell gehen, das kann zwei, drei Stunden sein, das kann aber auch viele Stunden sein. Was wichtig ist, sowohl für die virtuelle Koloskopie als auch für die Kapselendoskopie ist die Vorbereitung dieselbe wie für die Darmspiegelung. Das ist ein häufiges Missverständnis. Das heißt, das Trinken und das Darmreinigen bleibt einem dadurch nicht erspart. Das heißt aber, da ich mit diesen ganzen Gerätschaften an der Weste verbunden bin, bleibt es mir erspart, wenn dann die Kapsel ihren natürlichen Weg nach draußen wiedergefunden hat. Ich muss da nicht rumwühlen, die Kapsel raussuchen. Nein, die Kapsel, die geht planmäßig sozusagen in Richtung Klärwerk und verschwindet. Das ist beruhigend. Und Sie können dann auch noch das Klärwerk sehen? Na, so ungefähr. Also man kann manchmal den Hersteller der Sanitärtechnik in den Badezimmern oder den verdutzten Blick von Patienten beobachten, die nochmal schauen, wie die Kapsel dann da so ist. Das ist schon richtig, aber das sind natürlich jetzt Anekdoten, die jetzt mit der eigentlichen Untersuchung nichts zu tun haben. Die Kapsel muss nicht geborgen werden. Die Kapsel wird also entsorgt sich sozusagen über das Abwassersystem und ist auch extra so konzipiert, dass sie das darf. Also mit bioverträglichen Materialien und quecksilberfreien Batterien und ähnlichem. Die Daten selber sind im Rekorder und das ist das, was wir für die Auswertung brauchen. Wenn ich mir das als Laie anhöre, habe ich aber den Eindruck, dass dieser Weg mit der Kapsel doch eigentlich auch viel gründlicher sein müsste, oder? Das ist gerade Gegenstand der wissenschaftlichen Untersuchung. Er ist wahrscheinlich nicht, und wenn ich wahrscheinlich sage, sage ich das mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Er ist nicht gründlicher als eine gute konventionelle Darmspiegelung, weil bei der Darmspiegelung haben Sie die Möglichkeit, da Sie ja das Gerät und damit Ihr Bild aktiv steuern können, immer wieder sich verschiedene Ecken auch nochmal anzugucken. Die Kapsel geht an einer Struktur vorbei und dann haben Sie vier, fünf Bilder, mehr haben Sie nicht. Wenn Sie bei der Darmspiegelung das Gefühl haben, na, was war denn da eben, dann können Sie ja nochmal hin, können nochmal hin, nochmal her, nochmal gucken und schauen. Und nie zu vergessen, Sie haben bei der Darmspiegelung die Möglichkeit, sofort tätig zu werden. Wenn jetzt aus einer Kapselendoskopie oder einer virtuellen Koloskopie rauskommt, da sind zwei Polypen, dann müssen Sie immer noch koloskopieren. Jetzt gehen wir davon aus, wir haben den negativen Teil, ich habe Krebs. Was passiert dann mit mir? Wenn ein Krebs entstanden ist, man wird als erstes die Diagnose wahrscheinlich bei der Endoskopie oder oft auch als Zufallsdiagnose bei uncharakteristischen Bauchbeschwerden durch Schnittbildgebungen wie CT-Untersuchung, Kernspintomographie oder selten auch mal in der Sonografie diese Diagnose stellen. Aber die meisten Diagnosen stellt man in der Endoskopie, weil Patienten mit Symptomen kommen wie Darmbluten, Gewichtsverlust, allgemeine Abgeschlagenheit oder ähnlich. Man wird zunächst mal den Verdacht äußern, dass es sich um einen Tumor handelt. Den Beweis liefert immer der Pathologe. Man hat bei der Darmspiegelung die Möglichkeit, mit kleinen Geräten, Zangen, Schlingen, Gewebeproben abzutragen. Das tut man dann auch. Und wenn der Pathologe dann bestätigt, jawohl, das ist ein bösartiger Tumor, dann ist diese Diagnose zunächst mal gesichert. Man kann schon von der Größe und der Wachstumsart so eines Tumors im Darm grobe Rückschlüsse darauf ziehen, wie groß dieser Tumor vielleicht insgesamt ist oder wie ausgedehnt. Aber genau sagen kann man das nur bei einem Prozess, den man Staging nennt. Staging, also Einstufung, um es zu übersetzen, ist einer internationalen Nomenklatur geschuldet, bei der alle Tumoren, die im Menschen entstehen können, in genaue Stufen und Klassen eingeteilt werden. Damit man die Therapien vergleichbar steuern kann. Es sollte also ideal so sein, dass das Staging hier oder in Frankreich oder in Italien für Patienten mit derselben Erkrankung genau vergleichbar ist und auch die sich daraus ableitenden Therapien eben stadienkontrolliert angewandt werden. Staging bei einem Darmkrebs, nehmen wir den nun mal, sieht so aus, dass man eine, wenn noch nicht erfolgt, eine Schnittbildgebung macht. Das heißt eine CT-Untersuchung. Die geht relativ schnell, das ist nicht ganz so aufwendig. Manchmal, wenn der Tumor relativ tief sitzt, sprich in Richtung Darmausgang sitzt, auch eine Kern-Spin-Untersuchung, eine MRT-Untersuchung des Beckens und in der Regel eine Ultraschalluntersuchung des Bauchraums. Wenn man das zusammen hat, plus ein Röntgenbild der Lunge, vielleicht auch ein Schnittbild der Lunge, dann wird man mit den behandelnden Ärztinnen oder Ärzten als Patient besprechen, in welchem Stadium ist meine Tumorerkrankung. Das sagt dann extrem viel über die Prognose aus und über die Behandlungsmöglichkeiten. Wenn man soweit ist, wird in der Regel danach alle Ergebnisse in einer Konferenz zusammengetragen. Das ist heute Standard und sollte auch in jedem Zentrum so durchgeführt werden. Das ist dann eine sogenannte Tumorkonferenz oder ein Tumorboard. Dort treffen dann alle Beteiligten zusammen, zum Beispiel die Magen-Darm-Spezialisten, die Chirurgen, die Röntgenspezialisten, aber auch die Spezialisten für Chemotherapien, Strahlentherapien und Ähnlichem. Dann werden die Fälle nacheinander aufgerufen und in diesem Expertengremium besprochen. Jeder schildert den Fall aus seiner Sicht und es wird eine gemeinschaftliche Meinung gebildet von allen Anwesenden, wie die Therapie festzulegen ist und diese wird dann dem Patienten empfohlen und dann auch so durchgeführt. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Man muss sagen, man hat beim Darmkrebs viel schon erreicht. Es hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel verändert. Erstmal durch die Vorsorge und die Durchführung der Vorsorge sehen wir erstmal eine deutliche Abnahme der Darmkrebshäufigkeiten und wir sehen frühere Stadien, was extrem wichtig ist. Bei jedem Tumor ist das Ziel, Stadien zu erreichen, die möglichst schnell und unkompliziert heilbar sind. Das ist natürlich unser aller Ziel. Darmkrebs zu heilen, heißt in der Regel immer, ihn operativ zu entfernen. Da hängt es so ein bisschen von der Größe und der Lage ab, ob man manchmal noch bei tiefsitzenden Tumoren Richtung Darmausgang noch eine Strahlen- oder Chemotherapie vorneweg schaltet oder ob man, wenn er klein genug ist, egal wo er lokalisiert ist, den Tumor sofort entfernt. Das ist eine Operation, die war früher immer mit einer offenen Bauchoperation verbunden. Heute werden mehr und mehr sehr schonende Verfahren angewandt, bei denen durchs Schlüsselloch diese Entfernung durchgeführt werden. Das heißt, so wie man das von der Gallenblasenoperation kann, werden durch einzelne kleine Schnitte Instrumente in den Bauch eingebracht, mit denen dann Abschnitte des Dickdarms entfernt werden, ohne dass man den ganzen Bauch aufoperieren muss. Wenn der Tumor entfernt ist, dann ist das entweder die Heilung oder es ist je nach Größe und Befall von Lymphknoten notwendig, noch eine Chemotherapie nachzuschalten. Diese hat den Sinn, kleine Metastasen, die wir überhaupt noch nicht sehen können, im Körper zu vernichten, bevor sie irgendwie später mal zu einem Tumor wieder heranwachsen können. Wenn man sieht, dass der Tumor nicht heilbar ist, das heißt, er ein fortgeschrittenes Stadium hat, er nicht operativ entfernt werden kann oder der Patient vielleicht auch zu alt oder zu krank ist, um operiert zu werden, auch das kann ja durchaus ein Problem sein bei sehr alten Patientinnen und Patienten, dann sprechen wir davon, dass wir eine sogenannte palliative Therapie machen müssen. Das ist eine Therapie, es gibt immer zwei Ansätze in der Medizin, Kuration, kurativ, heilend, palliativ oder Palliation lindernd, bei der wir das Tumorleiden nicht heilen können, aber sein Fortschreiten und sein Beschwerdebild möglichst verlangsamen bzw. erträglich machen wollen. Diese Palliativtherapie besteht aus einem ganz breiten Ansatz, die besteht daraus, den Patienten zu begleiten, ihm zur Seite zu stehen, ihm den Alltag so gut und so leicht wie möglich zu machen, aber auch das Fortschreiten der Erkrankung einzudämmen, indem man zum Beispiel mit Chemotherapien arbeitet. Und diese Chemotherapien haben sich sehr verändert in den letzten Jahren, sie sind besser verträglich geworden und es gibt neue Therapien, die nicht mehr wie klassische Chemotherapien den ganzen Körper betreffen, sondern gezielt auf Krebszellen wirken. Das gibt es bei verschiedenen Tumoren, nicht nur im Darm. Und die auch nochmal einen gewissen Fortschritt in der Tumorverlangsamung gebracht haben. Ab wann bin ich denn zu alt, um operiert zu werden? Im Prinzip nie. Es gibt Menschen, die sind 95 Jahre alt und sind für ihr Alter topfit und sind jeder Operation, ich sag mal, zugänglich oder viele Operationen kann man dann durchführen. Es gibt aber auch Menschen, die schon viele, viele Jahrzehnte vorher einfach nicht konditionell oder von der Gesamtverfassung her in der Lage sind, eine große Operation zu überstehen. Oder wo man sagen muss, ob das wirklich den Nutzen bringt. Das ist eine individuelle Entscheidung, die lässt sich schwer nur am Lebensalter festmachen. Aber natürlich ist das Lebensalter einfach ein Risiko. Nee, weil Sie vorher sagten eher, wenn ein Mensch zu alt ist, aber es hat einfach mit der körperlichen Konstitution zu tun. Wenn ich nun so ein Mensch bin, ich gehe nicht zur Vorsorge, aber es erwischt mich mit dem Darmkrebs. Was sind klassische Symptome? Woran kann ich erkennen, jetzt wird es aber höchste Eisenbahn? Der Darmkrebs macht oft spät oder wenig Symptome. Leider. Das ist das große Problem. Das heißt, um die zweite Frage zu beantworten, am besten zur Vorsorge gehen, wenn man keine Symptome hat. Aber wenn unklare Bauchschmerzen auftreten, wenn Blut am Stuhlgang bemerkt wird, wenn Veränderungen des Stuhlverhaltens auftreten, das heißt, jemand hat immer eher Verstopfung, kriegt plötzlich ständig Durchfälle oder das wechselt oder Ähnliches. Die meisten Patienten sagen dann selber schon, naja, ich habe schon gemerkt, dass da irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist. Da sollte man ehrlich mit sich selber sein und dann wirklich einmal ärztliche Hilfe zur Rate ziehen und zu sagen, muss man dem weiter nachgehen oder nicht. Kann ich dem vorbeugen? Kann ich dem Einhalt gebieten? Wie gesagt, die Vorsorgemaßnahmen haben wir diskutiert. Das ist eigentlich das Entscheidende. Es gibt sicherlich Dinge, die kann jeder tun, um das Risiko, auch an Darmkrebs zu erkranken, zu minimieren. Und wenn er das befolgt, dann minimiert er fast sogar das Risiko, überhaupt an irgendeinem Krebs zu erkranken. Und das ist eine gesunde Lebensführung. Das ist ein relativ normales Körpergewicht. Das ist eine vernünftige Ernährung. Das ist eine gewisse sportliche Aktivität. Und wenn es irgendwie möglich ist, nicht zu rauchen. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Das freut das Nichtraucherherz zu hören. Also fassen wir zusammen. Auf jeden Fall die genannten Dinge tun, dass wir es gar nicht erst kriegen. Möglichst gesund leben. Genau. Und ab, wenn nicht anders empfohlen, ab dem 50. Lebensjahr zur Vorsorge gehen. Und es ist gar nicht so schlimm. Glauben Sie es mir, die meisten, die dann eine Vorsorgespiegelung gemacht haben, haben zu Recht einen großen Erleichterungsfaktor, weil man einfach weiß, es ist alles in Ordnung. Und man hat jetzt einfach dieses Thema zehn Jahre vom Tisch. Und es ist wirklich nicht so schlimm, wie es immer dargestellt wird. Dann vielen Dank für diese wichtige Information. Ich denke, da haben wir alle eine Menge dazugelernt. Also Sie wissen Bescheid. Immer schön zur Vorsorgeuntersuchung gehen. Das war wieder einmal die Nachtausgabe Nachgefragt. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder reinklicken. Dann kommen Sie doch häufiger auf unsere Seite www.asklepios.com-nachtvorlesung. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.